Hey Freunde, im letzten Part hatten wir ein kleines, ähm, kleinen Ausflug in ein kleines Gräbchen und dort haben wir ein paar coole Rätsel gelöst und wie wir hier sehen können, äh, sehen wir unsere nächste Fähigkeit, die wir noch nicht besitzen und hier ist so ein Sonnensymbol. Was? Okay. Wey. Hab ich hier jetzt die ganze Zeit übersehen? Einen von vier Flaggen verbrannt. Ach du Scheiße, okay. Puh, was kann man hier nicht sammeln und für was bekommt man keine EPs, das möchte ich gerne mal sehen. So, selbst dafür bekommen wir EPs, oder? Nein, aber Untertitel, das ist auch cool. Was? Zum Rendern der Videos, oh. Cool, solche zu haben. Sei lieber ruhig, Bruder, so redet man nicht. Hüee. Können Slysex хush, hush, ksh, hush, pshn, hush, nicht schreien. Gut. Braver Junge. Was? Der Nächste. Da ist noch einer. Da ist was. Oh Gott, da gibt's Konflikte. Die haben ihn erschossen. Weil die Sonnenkönigin beleidigt hat. Arschloch. Voll. Oh, mach das aus, mach das aus, mach das aus. Nein! Warum musst du alles in Brand setzen? Ja, in der Lever schlummert leider ein kleiner Magier. Ja, der bei jeder Bewegung plötzlich Flammen herzaubert. Ah, Mann. So, komm, den kehren wir jetzt mal ganz schnell. Geht ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Haus? Die ganze Nacht nur Rauschen. Etwas, die muss vor. Die Widerdüse als Kästchen. Halt den Mund! 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 Wisst ihr noch, wo wir im letzten Part das Kaninchen gefunden haben? Ich fand den Anfang irgendwie viel besser als diesen hier. Okay. Ich dachte, ich kann da jetzt die Dinger so dran ziehen und dann fallen die runter und dann... Oh, ist er tot! Aber irgendwie war's dann zu laut hier schon, logisch. Gut. So, komm runter. Oh-oh! Ach du Scheiße! Was geht denn hier denn ab? Kann es sein, dass ich jetzt am Anfang dieses Partes mehr gestorben bin als dem ganzen Let's Play? Nee! So, den da unten müssen wir dann mit dem Pfeil erledigen. Boah! Moment, Herr Klem! Boah! Wo ist er tot? Ja. Wo kannst du dich abschießen? Oh Mann! Ah! Oh nein, diese Herrscher Ah, da war noch einer Und da kommt noch einer Wo kommt der denn her? Oh, fuck Wo hab ich denn Granaten? Bitte Oh Oh, oh Okay, du willst es, du willst es, du willst kämpfen, was? Du willst kämpfen, du denkst, du schaffst es Und nochmal So Granaten, wie kann ich in Granaten werfen? Ganz vergessen Ach ja, mit dem Ding hier, genau Ach, da war ja was Wir haben mal was freigeschaltet Oh man, was für ein Anfang, sechs Minuten, jetzt Ballerei Gut, wir sind aber sehr weit gekommen Ja Aha, die sind also nicht bekannt Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen unsere Operation zu sabotieren Ja Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört Ach nein, das schon wieder Ach Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden Einfach so? Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster Um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen Ach so Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs Unterwegs Er bitte schnellstmögliche Verstärkung Gut, Verstärkung, alles klar Werde ich, werde ich machen Gut Dann jetzt erstmal aufrüsten Nein, da kommt sie nicht Ah, muss ich schneller reagieren Was ist das denn? Ach so Ja, ja, vielen Dank Ah, da werde ich jetzt ganz rot Aber Lara, du musst dich konzentrieren Die meinten nur mich damit, nicht Die Ali Ach, da sehe ich dich Bring mir die Arme Kleiner Mann So War der etwas konzentriert? Schräufelte Yay, schon wieder Die hatte doch schon hier ihre Momente Ach du Scheiße Er röpft es trotzdem Er hat einen Job und den macht er Immerhin Da ist gar nichts los Ganz ruhig, ganz ruhig Ganz ruhig Ups Da hinten Ja Nein, hast du nicht Na Boah, was machst du? Ach gut Dann gehen wir halt hier hoch Weil die Lara findet es besser hier Anscheinend nicht Gut Schön Munition Alles klar Jetzt müssen wir Aha Das können wir aufkriegen Nein Okay, anscheinend nicht Aha Aha Oh mein Gott, sind das hier etwa Rätsel Was ist los mit dir, Spiel? Ähm So, nehmen wir mal den Bogen Mit dem kann man besser denken Ja So Schaffen wir den Sprung? Ja Den schaffen wir Ähm Oh Ach ja, da oben hin, genau So Hop Da war das Bäuchchen fast zu schwer Ich explodiere gleich Nichts Nichts ist los Nein, kein Eindringling Zwei Dringling Oh oh Habe ich auf schwer gestellt und es nicht zurück gemacht? Kann es sein, kann es sein, kann es wirklich Was ist los mit diesem Bogen? Ah Keine Ahnung, kann ich nicht sein Ja, ja Wenn es doch nur so wäre So, da hinten ist er Oh nein Der lebt noch Und tut es immer noch, wahrscheinlich Komm schon, komm schon, komm schon Ich will in diesem Tag eigentlich was schaffen Immerhin nach oben So, da oben waren jetzt welche, hä Die waren voll fiese, miese Okay, lauf, 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 lauf Ach du Scheiße Oh, da hinten ist was Da sollen wir uns mal Da ist noch mehr So, komm, mach das Ding auf Hey, wir haben es eigentlich geschafft Wow, wir haben nur 13 Minuten gebraucht Mann, das ging ja flott So Was machen wir jetzt machen, hä? Da oben, da oben hin, ja Das muss man machen, untersuchen wir mal die Leiche Gut, das haben wir mal gemacht Und jetzt, ja, komm Ein bisschen da hin, ja Gut, machst du das Ja, und jetzt rauf da bitte, danke schön Sehr nett, sehr nett Ah, schön 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 erblindet Ah Man weiß es nicht, man weiß es nicht Was? Da Na komm hier Yay Jetzt haben wir schon zwei Blöcken Die restlichen zwei sparen wir uns wahrscheinlich So, was müssen wir jetzt machen damit? Ähm Ähm Naja, egal was wir damit machen müssen Dieser Part ist etwas Ähm Ich will ehrlich sagen, der war zu gut Aber der war schon besser als die restlichen Und ähm Ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder Von Tomb Raider Bis dann